Sorge dich nicht. Wie bitte, wie soll ich mir keine Sorgen machen? Meine Wohnung wurde gekündigt und in ein paar Monaten muss ich mit meiner Familie ausziehen. Ich bin gerade auf der Arbeit so eingespannt, dass ich schon große Mühe habe mit den Kindern und dem Haushalt. Woher soll ich bitte auch noch die Zeit nehmen, jetzt eine Wohnung zu suchen und zu finden? Sorge dich nicht. Wie bitte, wie soll ich mir keine Sorgen machen? Ich habe dieses Semester sieben Klausuren und eine davon ist ein Drittversuch. Es wächst mir gerade alles über den Kopf. Am liebsten würde ich mich tagelang einsperren, nichts tun und Netflix gucken. Die meisten haben auch schon einen guten Praktikumsplatz. Ich weiß doch eigentlich, wie entscheidend das ist, gute Beziehungen in die Berufswelt zu haben. Wie soll ich das nur schaffen? Sorge dich nicht. Wie bitte, wie soll ich mir keine Sorgen machen? Ich lebe hier seit zwei Jahren. Ich dachte, das wäre nur eine Zwischenstation. Alles hier ist überfüllt. Wir leben in Zelten, die von Hölzern gehalten werden. Ich war so froh, als ich endlich nach dem dritten Versuch hier ankam. Jetzt bin ich so am Boden zerstört. Ich hatte die Hoffnung auf Grundrechte, auf Gleichberechtigung, darauf meine Meinung sagen zu können. Letzte Woche ist unser Camp abgebrannt. Wir wurden auf der Straße von Polizisten mit Tränengas angegriffen. Ich wollte doch nur eine bessere Zukunft für mich und meine Familie. Sorge dich nicht. Wie, bitte, wie soll ich mir keine Sorgen machen? Zehntausende Geflüchtete stecken an den Grenzen von Europa fest oder unwürdigsten Bedingungen. Eine Pandemie hält die Welt fest in ihrem Griff und in Deutschland wird immer mehr über Spaltung, über Gewalt, über Hetze und Hass berichtet. Was besorgt dich? Was besorgt dich persönlich? Was ist deine Sorge? Was sind deine Sorgen? Zur Zeit oder vielleicht auch in näherer Zukunft? Nimm dir einen Augenblick, denk darüber nach, was besorgt dich? Was besorgt dich gerade am meisten? Es fiel mir sehr schwer, die richtigen Worte zum Thema Sorge dich nicht zu finden, wenn erst vor einer Woche das Flüchtlingslager Moria abgebrannt ist und 13.000 Menschen von beinahe obdachlos im Flüchtlingslager zu jetzt komplett Obdachlosen geworden sind. Ja, ein Teil wurde zum Glück von Deutschland aufgenommen oder werden noch aufgenommen. Die anderen wurden auf andere Lager umverteilt. Die Zustände waren und sind immer noch unvertretbar. Vor ein paar Tagen haben die Moderatoren Joko und Klaas auf ProSieben ein Video veröffentlicht. A Short Story of Moria. Und es visualisiert mit kaum ertragbaren Bildern einen Zustand, den tausende Menschen Tag für Tag ertragen müssen. Und müssen. Welch eine Ungerechtigkeit. Ich bin zutiefst besorgt über diese Umstände. Und doch heißt es in der Bibel, sorge dich nicht. Ist das dasselbe? Wie passt das zusammen? Sollten wir uns nicht Sorgen machen? Einige Dinge sind aktuell. Okay, vielleicht sogar schon seit längerer Zeit extrem besorgniserregend. Wie passt das zusammen? Finden wir es heraus. In unserem Predigtext Matthäus 6, 25 bis 34. Wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, drückt einfach kurz auf Pause, schlagt nach und dann geht es weiter. Jesus ist noch relativ am Anfang seiner Wirkungsgeschichte. Er steigt auf einen Hügel und predigt. Er predigt über ziemlich viele Dinge. Er predigt über die Tora, also die Bibel der Juden, wie er die sieht, über Töten und Ehebrechen davon, dass man seine Feinde lieben soll und wie man beten soll. Und direkt vor unserem Text geht es darum, dass man sich keine Schätze auf der Erde sammeln sollte. Und dann kommt unser Text, um den es heute geht. Jesus sagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen um das, was wir an Essen und Trinken zum Leben brauchen und Kleidung für unseren Körper. Und Jesus wählt diese zwei Dinge nicht willkürlich. Ja, Essen und Trinken, klar, das Essentiellste, was wir zum Leben brauchen, ohne diese zwei Dinge überleben wir nicht lange. Und er sagt, wir sollen uns keine Sorgen darüber machen, denn, schaut mal, die Vögel im Himmel, die säen und ernten und sammeln ihre Vorräte nicht, wie wir es tun und trotzdem leben sie und überleben sie, weil Gott im Himmel sie versorgt. Aber Achtung, Jesus sagt nicht, werdet wie die Vögel, säet und erntet nicht, legt euch auf dieses faule Haut. Er sagt nur, macht euch einfach keine Sorgen, habt keine Angst davor. Denn das bringt nichts. Denn wer von euch kann dadurch, dass es sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Genau, niemand. Und man soll sich auch keine Sorgen über die Kleidung machen. Kleidung? Warum Kleidung? Es gibt ein Sprichwort mit Kleidung oder Kleider. Damals gilt wie heute, Kleidung machen Leute. Prada Guti und Lacoste singen Crow so schön. Und damals wie heute hat man an den Klamotten direkt gesehen, zu welcher Schicht man gehört, wie viel Ansehen man genießt. Und Jesus sagt, macht euch doch darum keine Sorgen. Es gibt doch Wichtigeres. Schaut mal die Lilien an. Lilien wachsen und sind unglaublich schön. Und das ohne, dass sie dafür bezahlt werden oder sich überhaupt anstrengen müssen. Und wenn Gott schon so verschwenderisch mit den Lilien auf dem Feld umgeht, wie viel mehr wird er sich dann um dich und um euch kümmern. Seine Kinder. Und Jesus sagt, Gott weiß, dass wir das alles brauchen. Sowohl das Existenzielle als auch die Luxusgüter, das Ansehen. Wir sollen uns also nicht so einen großen Kopf machen, um das Existenzielle und die Luxusgüter, damit wir mehr Kopf haben für, und jetzt kommt, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Denn dann wird Gott für den Rest sorgen. Das habe ich mir damals nicht zweimal sagen lassen, als ich nach meiner Ausbildung zum Landwirt nach Kassel auf die CVM Hochschule gegangen bin. Im Wissen, dass ich 500 Euro für mein Studium und mein Zimmer brauche. Im Wissen, dass meine Eltern mich nicht unterstützen können, im Wissen, dass ich aber auch aufgrund der Selbstständigkeit von meinem Vater kein oder sehr unwahrscheinlich nur BAföG bekomme. Ich hatte gespart und wusste, ja, so vier bis fünf Monate könnte ich die Hochschule bezahlen und dann, naja, mal gucken. Dann kann ich ja noch arbeiten und wie gesagt, es soll ja zuerst um Reich Gottes gehen, um seine Gerechtigkeit, um seinen Plan und dann versorgt Gott einen mit dem Rest. Ich hätte so herrlich auf die Schnauze fallen können. Aber nein, es war anscheinend wirklich Gottes Plan. Dass ich in Kassel studieren sollte und durfte und konnte, denn nach einer Infoveranstaltung des, unseres Studierenwerks in Kassel, in unserer Einführungswoche, habe ich mit dem Typ gequatscht, der den Vortrag gemacht hat und habe ihm so meine Lage geschildert. Ja, vorhergehende Ausbildung, Eltern, selbstständig, kein Geld und so. Und er hat gemeint, kommen Sie doch mal in mein Büro. Ich erinnere mich da an den Sonderfall, das recherchiere ich noch mal. Und das, finde ich, war schon Wunder Nummer eins. Ein BAföG-Typ, der daran interessiert ist, dass ich Geld bekomme. Und tatsächlich, es war so, anscheinend sachunabhängige Erstausbildung, wenn man die abgeschlossen hat, dann kann man eine zweite Ausbildung machen und die Eltern müssen sich nicht verpflichten, das zu finanzieren. Und dann greift der Staat. Und ich habe BAföG bekommen. Höchstsatz. Gott versorgt. Gott versorgt. Und seitdem erfahre ich immer wieder an den verschiedensten Stellen, dass es reicht. Manchmal im Überfluss, manchmal auf den Euro genau. Und jetzt bin ich noch recht jung, werden manche sagen. Ich habe leicht reden. Aber wenn ich mit älteren Christen spreche, dann ist es ganz oft genau das, was sie erzählen. Versorgung. Es hat immer gereicht. Meistens mehr, als wir brauchten. Bis hin zu Mutter Teresa. Als ich das gelesen habe, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Mutter Teresa hat an ihren Verein geschrieben, ich habe, meine lieben Freunde, da muss ich jetzt aufpassen, meine lieben Freunde, heute bitte ich euch um einen Gefallen. Schickt mir bitte kein Geld mehr. Bis zu der Zeit, wenn wir das verbraucht haben, was wir haben. Ich werde euch dann wieder bitten. Ich möchte mit euch die Freude fühlen, ganz von der göttlichen Vorsehung abzuhängen. Was? Was für eine Frau. Und was für ein Gottvertrauen. Aber auch hier gibt es ein Sprichwort. Bin ich wohl Mutter Teresa oder was? Ja, offensichtlich nicht. Was? Wenn ich nicht das vertraue, ich mich nicht überwinden kann. Was, wenn ich Gott vertraut habe und enttäuscht wurde, Gott nicht versorgt hat. Was, wenn ich in einer tiefen Krise stecke und Gott nicht handelt. Muss ich jetzt meine Sorge unterdrücken und tun so, so tun, als wäre nichts, nur um Gottes Idealen zu entsprechen? Muss ich einfach mehr hoffen und beten, dann löst sich alles im Wohlgefallen auf? Ich möchte dir eine weitere Geschichte erzählen. Matthäus betont in seinem Evangelium immer wieder, dass Jesus die Geschichte vom Volk Gottes, also Israel, den Juden, weiter spinnt. und oft zeigt er genau die Parallelen auch zwischen Jesus und Mose auf. Zwangsläufig bin ich dann auf den Auszug der Ägypter aus Israel, nee, der Israeliten aus Ägypten gestoßen. Da zieht ein Volk, ein ganzes Volk um. 40 Jahre lang. Die Nahrungsvorräte waren schnell aufgebraucht. Die Wasservorräte in der Rüste noch schneller. Aber trotzdem, es war Gottes Weg für sein Volk und er hat sich zu ihnen gestemmt. Als sie kein Wasser mehr hatten, hatte er eine Quelle aus dem Fels sprießen lassen. Als die Nahrung zu Ende war, hat er jeden Morgen Brötchen vom Himmel fallen lassen. Das ist Versorgung pur. Haben sich die Israeliten trotzdem Sorgen gemacht? Ja, und ob? Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, ja, lass mal heute nicht so viel essen und was für morgen aufheben. Dann, also wir wissen ja nicht, kommt es jeden Tag, könnten fast Schwaben sein. Was ist passiert? Was ist passiert mit dem Brot? Vielleicht wissen es einige. Es ist verschimmelt immer Nacht. Aber es ist kein Problem. Am nächsten Tag war wieder Brot da. Am Tag ist Gott den Israeliten in der Wanderung als Rauchsäule vorhergegangen und in der Nacht als Feuersäule. Und dann waren sie an diesem Berg und Mose war mal kurz 40 Tage mit Gott auf diesem Berg, um die zehn Bote in den Stein zu meißeln. Was haben die Israeliten gemacht? Ja, sich Sorgen. Sie haben gesagt, hey Aaron, also hier, Stellvertreter von Mose, mach uns doch irgendwelche Götter, dass sie vor uns herlaufen. Also hier, Mose, der ist jetzt schon 40 Tage weg, keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Was? Sorgen sind also menschlich. Waren schon immer da, werden schon immer da sein und es ist nichts, worum man sich schämen muss. Aber wir sollten nicht bei der Sorge stehen bleiben. Versuchen, Gott Schritt für Schritt mehr zu vertrauen. Auch, wenn uns sein Timing manchmal nicht passt oder seine Wege sich von unserem Willen unterscheiden. Bonhoeffer schreibt, ich glaube, dass uns Gott in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchen Glauben müsste alle Angst von der Zukunft überwunden sein. Ach Dietrich, bei dir klingt das so einfach und dabei war es keins des Falls, keins des Weges einfach. Aber was ist nun mit den Sorgen? Mit den Sorgen um globale Ereignisse, Klimawandel, geflüchtete, gesellschaftliche Spaltung, Gewalt. Sind sie nicht gerechtfertigt? Ja, natürlich. Natürlich. Wir sollten uns, glaube ich, sogar noch um viel mehr Sorgen machen. Sie sind gut und wichtig und jetzt kommt ein Stolperstein, über den ich in meiner Predigtvorbereitung andorrend gefallen bin. Stolperin. Nicht gefallen. Die Sorge hat zwei Bedeutungen. Und beide kommen bei uns im Text vor. Die erste und ich zitiere den Duden, die durch eine unangenehme, schwierige, gefahrvolle Situation, hervorgerufene Sorge oder auch quälende, gedankenbedrückendes Gefühl der Unruhe und Angst. Darüber habe ich nämlich gerade schon einiges erzählt. Das kennen wir. Die zweite Bedeutung ist Bemühen. Bemühen um jemandes Wohlergehen. Bemühen um etwas. Fürsorge. Und ist es nicht genau das, was Jesus meint, wenn er sagt, er soll zuerst um Gottes Reich gehen, um Gottes Gerechtigkeit? Ist es nicht das? Sorge als Motivator. Für Gottes Gerechtigkeit einzustehen. Also ja, wir sollten uns um Dinge sorgen, vor allem, wenn Menschen ungerecht behandelt wurden und werden. Nur sollte es wie bei der ängstlichen Sorge nicht bei der Sorge stehen bleiben. Aus dieser Sorge muss eine Art von Handeln resultieren. Sonst ist die Sorge umsonst. Erinnert ihr euch an die Sorge, an die ihr am Anfang gedacht habt? Was war sie? War sie die ängstliche Sorge? War sie die Sorge um etwas? Um was sorgt ihr euch? Lasst es nicht bei der Sorge bleiben. Jede, der ein Smartphone gerade bei sich hat, möge es nun zücken oder ein Stift und einen Zettel und ich möchte, dass ihr Folgendes aufschreibt. Wenn ihr eine ängstliche Sorge habt, in welchem Bereich möchte ich Schritt für Schritt mehr Gott vertrauen, auf seine Fürsorge, in sein Versorgen oder in welchem Bereich möchte ich aktiv werden, möchte ich handeln, einstehen für Gottes Gerechtigkeit. Schreibt es auf. Es wird gleich noch ein Lied kommen, da könnt ihr vielleicht den Gedanken weiterspinnen und noch ein bisschen aufschreiben. Also, sorgt euch nicht, sondern sorgt euch um andere. Amen.